Vergeude keine Krise. Was will ich damit sagen? Wenn du in einer Krise bist, dann bedeutet das, das ist genau das, was dir das Leben vor die Füße legt. Hier ist etwas, dem du dich stellen sollst. Hier ist etwas, von dem das Leben glaubt, dass du es bewältigen kannst, dass du es durchschaust und angehst und sagst, ah okay, diese Erfahrung, diese Erkenntnis kann ich daraus gewinnen. Ich stelle mir das ungefähr so vor. Ein geschlossenes Ei hat das Potenzial eines Kükens. Also wenn ein Ei ausgebrütet wird, kann daraus neues Leben entstehen. Wenn ich dem nicht die Wärme und die Geduld zeige und wenn ich mich nicht dem widme, was dieses Ei braucht, dann wird daraus kein Küken. Krisen erfordern Geduld, aber sie erfordern auch, dass man sich den bestimmten Bedingungen anpasst, dass man sagt, okay, gut, was will die Krise mir zeigen? Was soll ich erkennen? Welche Erfahrung soll ich daraus mitnehmen? Und wie soll ich mich dazu positionieren? Eine Krise ist ein ganz, ganz wichtiger Fingerzeig des Schicksals. Und jeder, der sagt, ja okay, ich weiche aus und stelle mich tot. Ich will diese Krise nicht bewältigen. Ich will nicht transformieren. Dann hat man vielleicht das Glück und das Schicksal kreiert eine ähnliche Erfahrung. Manchmal ist es aber auch so, dass man keine Chance hat. Keine zweite Chance. Man hat die Krise einfach verpasst. Man hat die Gelegenheit vertan. Man hat die Möglichkeit daran zu wachsen und sich auf eine höhere Ebene der Erkenntnis zu stellen, einfach nicht wahrgenommen. Wann und wie und mit wem man das tut, das liegt natürlich in jedem Selbst. Denn wir sind Menschen, die einen freien Willen haben und die auch mithilfe ihres Verstandes Entscheidungen treffen können. Ich möchte an der Stelle daran erinnern, dass junge Kinder nicht über den Verstand entscheiden. Sie machen das ganz klar und ganz pragmatisch, so wie es gerade ansteht. Sie folgen ihrer Authentizität. Sie sind oft mutig und neugierig und wollen die Dinge in ihrer Tiefe erkennen. Natürlich gibt es auch Kinder, die das nicht wollen. Wichtig ist, glaube ich, herauszufinden, wer man wirklich ist und wie man mit bestimmten Krisen umgeht. Finde heraus, wer du bist. Finde heraus, wer du wirklich, wirklich bist. Welche Möglichkeiten hast du? Welche inneren energetischen Gesetze bestimmen dein Leben und haben es bisher auch bestimmt? Werde dir bewusst darüber und dann wird vieles einfacher. Vieles, vieles. Falls dich das interessiert, findest du in der Videobeschreibung einen Link dazu. Für heute verabschiede ich mich. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und munter und bis zum nächsten Mal sage ich Tschüss, eure Valeska.